Hey Leute, hier ist Leda Thor und herzlich willkommen zur Schachtaktik 2. Ja, in der Schachtaktik 2 geht es um Abzugschach, Spieß, Opfer und Zugzwang und wir kommen als erstes zum Abzugschach. Ja, was ist eigentlich Abzugschach? Von Abzugschach sprechen wir, wenn wir mit einer Figur einen Zug machen, der ein indirektes Schachgebot einer anderen Figur zur Folge hat. Ja, schauen wir uns das mal konkret in einem Beispiel an. In dieser Stellung ist Weiß am Zug und Weiß kann einen Abzugschach erreichen. Und zwar indem er seinen Turm zieht. Wenn Weiß seinen Turm zieht, dann wird die Linie zwischen dem Läufer und dem gegnerischen König frei und der gegnerische König steht im Schach. Wir haben dann also einen Abzugschach vorliegen durch den Turmzug. Der Turmzug macht indirekt ein Schachgebot des Läufers möglich und das nennen wir Abzugschach. Ja, wie kann Weiß hier das Abzugschach bestmöglich ausnutzen? Ja, Weiß sollte seinen Turm nach E2 spielen. Nun ist der schwarze König im Schach vom Läufer, muss also mit dem König ziehen. Die Dame kann diesen Läufer auch nicht schlagen oder dazwischen ziehen. Und damit bleibt dem schwarzen Spieler nur noch mit dem König zu ziehen. Und egal wie er zieht, beispielsweise er zieht hierhin, verliert er im folgenden Zug seine Dame. Und von da aus steht Weiß klar auf Gewinn. Ja, und das alles nur wegen diesem Abzugschach. Ja, wenn Weiß das hier in dieser Position sieht, dass er hier ein Abzugschach erwirken kann und im Anschluss die schwarze Dame bekommt, dann steht Weiß hier klar auf Gewinn. Wenn Weiß das hingegen nicht ausnutzt, dieses Abzugschach und irgendeinen anderen Zug macht, dann ist diese Partie sogar für Weiß verloren. Ja, dann gewinnt Schwarz, wenn auch sehr knapp. Aber dann kann Schwarz gewinnen. Ja. Deshalb solltet ihr immer Ausschau halten nach einem Abzugschach. Denn es könnte eventuell sehr wirkungsvoll für euch sein. Es ist nicht grundsätzlich gesagt, dass es immer gut ist, das Abzugschach zu machen. Aber in vielen Fällen kann es sehr gute Folgen für euch haben. Wie zum Beispiel hier, dass ihr die gegnerische Dame bekommt. So, und dann soll es jetzt noch ein Beispiel für euch geben. Es handelt sich hierbei um eine Stellung in der Eröffnungsphase. Und zwar eine Stellung aus der russischen Eröffnung. Und sie entsteht, nachdem wir den Königsbauer vorgezogen haben. Unser Gegner auch seinen Königsbauer. Dann wir unseren Springer entwickeln. Und jetzt Schwarz seinen Springer auf das Feld F6 entwickelt. Jetzt haben wir die sogenannte russische Eröffnung vorliegen. Und ja, Weiß nimmt hier diesen Bauern. Und Schwarz kann jetzt einen Fehler machen. Und mit dem Springer diesen Bauern genauso zu nehmen, ja. Aber das ist ein Fehler. Das ist nicht richtig. Und Weiß kann das jetzt ausnutzen über die Idee des Abzugschachs. Da steckt auch noch indirekt die Idee der Fesselung drin. Aber in erster Linie die Idee des Abzugschachs. Und zwar muss Weiß jetzt mit der Dame hierhin spielen, um diesen Vorteil so groß wie möglich werden zu lassen. Weil das Problem für Schwarz ist jetzt, dass dieser Springer erstmal angegriffen ist. Und wenn Schwarz jetzt diesen Springer wegzieht, was sehr verlockend ist. Und besonders auf Amateurniveau gibt es viele Spieler, die hier den Springer einfach wegziehen würden. Ja, und das ist auch verständlich auf den ersten Blick. Aber es ist leider ein sehr fataler Fehler. Ja, wenn Schwarz hier seinen Springer beispielsweise auf dieses Feld zurückzieht, dann kann Weiß jetzt das Abzugschach nutzen oder ein Abzugschach nutzen. Ja, schaut euch die Stellung an, pausiert das Video und dann zeige ich ansonsten jetzt die Lösung. Ja, was ist der richtige Zug für Weiß? Der richtige Zug für Weiß ist mit dem Springer auf das Feld C6 zu ziehen. Ja, das sieht erstmal sehr kurios aus. Ja, aber ist ein genialer Zug in dieser Stellung. Der bestmögliche. Ja, denn durch diesen Springerzug ist jetzt der schwarze König im Schach der Dame. Ja, indirekt. Und das nennen wir Abzugschach. Und ganz nebenbei greift dieser Springer auch noch die gegnerische Dame an. Schwarz kann den Springer gar nicht schlagen, denn er steht im Schach. Er muss erst auf das Schachgebot reagieren. Aber egal wie er auf dieses Schachgebot reagiert, wird er seine Dame verlieren. Wenn er den Läufer beispielsweise dazwischen zieht, ja, dann schlägt der Springer einfach im nächsten Zug die Dame. Und wenn er die Dame selbst dazwischen zieht, schlägt Weiß mit dem Springer die Dame. Ja, also in jedem Fall verliert Schwarz seine Dame. Wenn er den Springer noch hier dazwischen zieht, dann verliert er den auch noch und erst danach die Dame. Also in jedem Fall verliert er die Dame und ja, Weiß steht ganz klar auf Gewinn. Das ist eine sehr bekannte Eröffnungsfalle und auch eine sehr wirkungsvolle Eröffnungsfalle. Also Schwarz sollte sich sowieso in der russischen Eröffnung merken, dass wenn Weiß diesen Bauern nimmt, sollte Schwarz diesen Springer erst einmal vertreiben. Entweder mit Dame nach E7 oder mit dem Bauern hier, indem Schwarz den Bauern hier eins nach vorne zieht und dann die Linie für den Läufer freimacht. Anstatt hier gierig gleich den Bauern zurückzunehmen. Denn dann läuft er schon in eine sehr gefährliche Stellung, was natürlich ganz fatal ist, wenn Schwarz hier einfach den Springer zurückzieht, dann kommt das Abzugsschach und Schwarz verliert die Dame. Ja, soviel zum Abzugsschach, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das nächste taktische Element ist der sogenannte Spieß. Beim Spieß greifen wir mit einer unserer Figuren eine Figur des Gegners an und wenn diese aber wegzieht, hängt dahinter eine weitere Figur des Gegners, die wir dann schlagen können. Es ist also eine Form des Doppelangriffs. Ja, schauen wir uns das mal in einem konkreten Beispiel an. In dieser Stellung ist Weiß am Zug und Weiß kann sich das taktische Motiv des Spießes hier zunutze machen und kann mit dem Läufer auf das Feld F3 ziehen. Und nun greift dieser Läufer die Dame des Gegners an und dahinter auch indirekt den Turm. Sobald die gegnerische Dame wegzieht, kann Weiß im folgenden den Turm dahinter schlagen und daraus Kapital schlagen und gewinnt von daraus die Partie. Weiß macht sich also zunutze, dass Turm und Dame auf derselben Diagonale hier stehen und Weiß die Dame angreifen kann und dahinter auch den Turm. Und wenn die schwarze Dame wegzieht, hängt der Turm eben dahinter. Und egal wie jetzt Schwarz zieht, beispielsweise könnte Schwarz hier hinziehen, um den Turm noch zu decken, sodass er nicht verlustlos weg ist, dann kann Weiß hier einfach den Turm schlagen, Schwarz schlägt zurück und das ist ein gewonnenes Endspiel für Weiß. Ja, aber dafür muss Weiß hier diesen Zug mit dem Läufer nach F3 sehen und kann von da aus die Partie gewinnen. Wenn Weiß diesen Spieß hier nicht zieht und etwas anderes zieht, beispielsweise den König irgendwo hinzieht oder den Bauer eins nach vorne zieht, was hier ein Fehler wäre an dieser Stellung, dann hat Schwarz Zeit, seine Dame woanders hinzuziehen und dann ist im folgenden Zug kein Spieß mehr möglich. Also beispielsweise könnte Schwarz seine Dame hier hinziehen oder wohin auch immer, aber es ist jetzt kein Spieß mehr möglich. Außer wenn Schwarz natürlich die Dame hier hinzieht. Das sollte Schwarz nicht machen. Ja, aber wenn Schwarz wachsam sein wird, dann wird er hier die Dame von dieser Diagonale runterbringen und dann ist im folgenden kein Spieß mehr möglich. Deshalb sollte Weiß hier schon in dieser Stellung aufpassen und diesen Spieß hier erkennen mit dem Läufer und durchführen. Und dann kommen wir noch zu einem Beispiel für euch. Ja, in dieser Stellung ist jetzt Schwarz am Zug. Schaut euch die Stellung an, erinnert euch an das taktische Element des Spießes und überlegt euch, welchen Zug Schwarz hier spielen sollte. Ja, pausiert das Video, ansonsten zeige ich jetzt die Lösung. Ja, die Lösung ist mit dem Turm auf das Feld E5 zu ziehen. Jetzt greift der Turm erstens den König an, der weiße König steht im Schach und indirekt dahinter auch die Dame. Und ja, weiß muss wegziehen und egal wo er hinzieht, wenn er beispielsweise hier hinzieht, kann Schwarz im nächsten Zug mit dem Turm die Dame schlagen. Und von da aus ist das Spiel gewonnen, also die Partie ist gewonnen. Wenn Schwarz hier richtig weiterspielt, kann er hier ganz leicht gewinnen. Und ja, das alles nur, weil er diesen Spieß hier erkannt hat und die Dame des Gegners bekommen hat. Von da aus ist es gewonnen. Ja, wenn Schwarz das aber nicht sieht und beispielsweise gierig ist und hier stattdessen diesen Bauern auf die Schnelle abgrasen möchte, dann kann weiß seine Dame einfach einmal kurz zur Seite ziehen und von da aus ist es für weiß gewonnen. Ja, denn jetzt gibt es hier keinen Spieß mehr, den Schwarz ausnutzen könnte und weiß hat mehr Material und kann von da aus auf Gewinn spielen. Ihr seht also, dass man bei einem Spieß immer wachsam sein sollte und überprüfen sollte, ob er vielleicht einen Vorteil für einen bietet. Ja, dann kommen wir zum nächsten taktischen Element, dem Opfer. Ja, und dann kommen wir auch gleich zu einem konkreten Beispiel. In dieser Stellung ist weiß am Zug und weiß kann, wenn er ein sehr schönes Opfer in dieser Stellung sieht, gewinnen. Und ja, jetzt ist die Frage nur, wo ist das Opfer und ist es wirklich korrekt? Ja. Die Lösung ist, dass weiß seinen Läufer nach c7 spielt und Schach bietet. Der schwarze König muss diesen Läufer nun schlagen, es gibt keine andere Alternative. Und im folgenden kann weiß mit seinem Springer nach e6 ziehen und Schach geben und gleichzeitig die Dame und den Turm angreifen. Weiß gabelt also König, Dame und Turm mit diesem Springerzug und wird im folgenden die Dame gewinnen. Egal wie schwarz spielt. Schwarz könnte beispielsweise hier wieder zurückziehen und im folgenden schlägt weiß einfach hier die Dame raus und steht ganz klar auf Gewinn. Ja, wir haben also gesehen, wie weiß über dieses schöne Läuferopfer im Nachhinein die Dame des Gegners gewinnen konnte. Ja, das muss man aber erstmal sehen, denn es ist nicht grundsätzlich immer gut zu opfern. Man muss sich immer gut überlegen, ist das Opfer wirklich gerechtfertigt? Also habe ich danach einen Vorteil daraus, wenn ich dieses Opfer spiele. Und in diesem Fall hat man einen Vorteil daraus, denn danach kann weiß die Dame über diese schöne Springergabel gewinnen und steht klar auf Gewinn. Wenn weiß hier in dieser Stellung dieses Opfer nicht erkennt und irgendetwas anderes spielt, beispielsweise, ja, wir haben irgendeinen Zug, der nicht viel an der Stellung verändert oder beispielsweise seinen Springer hier zurückzieht, ja, dann ist die Stellung nicht mehr für weiß zu gewinnen, ja, von da aus ist es nicht mehr für weiß zu gewinnen und eher für schwarz etwas besser. Deshalb sollten wir wirklich auch Ausschau nach Opfern halten, denn sie können uns unter Umständen sehr hilfreich sein. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem Beispiel für euch. In dieser Stellung ist weiß am Zug und wenn weiß ein korrektes Opfer hier erkennt, dann kann er die Partie gewinnen. Ja, welchen Zug sollte weiß hier in dieser Stellung spielen? Schaut euch die Stellung an und pausiert das Video. Und ja, dann zeige ich jetzt die Lösung. Die Lösung ist mit dem Läufer auf H7 zu schlagen mit Schach. Wenn der schwarze König jetzt diesen Läufer schlagen sollte, dann kommt es sogar zu matt innerhalb von wenigen Zügen. Denn wenn schwarz hier den Läufer schlägt und gierig ist, dann kann weiß mit dem Springer nach G5 ziehen und Schach bieten. Und wenn der König jetzt zurück nach G8 zieht, dann wird es matt über Dame nach H5 und im folgenden ist das matt auf H7 nicht mehr zu verhindern. Egal was schwarz zieht, angenommen er schlägt hier diesen Bauern beispielsweise und im nächsten Zug ist hier matt. Oder er zieht hier den Bauern nach vorne und im nächsten Zug ist trotzdem hier matt. Ja, wenn der König in dieser Stellung beispielsweise, könnte er, wenn hier dieses Springer schach kommt, auch nach vorne ziehen. Aber auch hier wird es genauso matt, einfach die Dame hier nach H5 zu ziehen. Und jetzt ist es wieder schwarz matt, denn die Dame ist hier vom Springer gedeckt und der König hat kein Feld mehr zum Ausweichen. Also es wird hier in jedem Fall matt und klar, wenn er hier nach H8 zieht, ist es genau das gleiche Motiv wie vorher. Das heißt, wir ziehen mit der Dame hier nach H5. Ja, also wir haben gesehen, wenn der König gierig ist und dieses Läuferopfer annimmt und hier den Läufer schlägt, dann läuft er in ein Mattnetz und verliert die Partie. Schwarz hat natürlich auch noch die Möglichkeit, das Opfer nicht anzunehmen. Er könnte hier nach H8 ziehen mit dem König, aber auch dann ist es schlecht für Schwarz, ja, denn Schwarz hat jetzt einfach einen Bauer weniger. Und ganz nebenbei ist seine Position auch schlecht, denn der König ist jetzt hier ziemlich aufgerissen, dadurch, dass der Bauer hier fehlt. Und es ist relativ leicht für Weiß hier Kapital daraus zu schlagen. Er wird trotzdem im Folgenden mit Springer g5 und Dame nach H5 Druck machen und wird hier zwangsweise in eine vorteilhafte Stellung kommen. Also wir sehen, in dieser Stellung war das Läuferopfer auf H7 korrekt und führt zu einer gewonnenen Partie für Weiß. Und dann kommen wir auch schon zum letzten taktischen Motiv, dem Zugzwang. Von Zugzwang sprechen wir, wenn wir dem Gegner alle alternativen Züge wegnehmen und für ihn nur noch ein Zug übrig bleibt, der ihn in Nachteil bringt. Ja, schauen wir uns das mal in einem konkreten Beispiel an. In dieser Stellung ist Schwarz am Zug und wenn wir uns erstmal nur diese drei Bauern anschauen und die restlichen Figuren erstmal ausblenden, dann fällt auf, dass, angenommen Weiß wäre am Zug, Weiß nur noch mit diesem Bauern hier ziehen kann. Nicht mehr mit diesem Bauern, denn der ist blockiert. Und wenn Weiß hier mit diesem Bauern zieht, egal ob er ein Feld nach vorne zieht oder zwei, können wir diesen Bauern anschließend mit unserem Bauern schlagen. Entweder auf die normale Art und Weise oder wenn Weiß hier mit zwei Feldern nach vorne zieht, dann können wir diesen Bauern au passant schlagen. Und anschließend steht unser Bauer dann auf B3 und könnte sich zwei Züge später auf B1 zur Dame verwandeln. Wohingegen der Bauer auf A3 noch fünf Züge braucht, um sich hier möglicherweise auf A8 zur Dame zu verwandeln. Wir wären also schneller, würden die Dame zuerst bekommen und würden das Spiel gewinnen. Okay, also das ist mal der Fahrplan. Unser Trick ist sozusagen, alle Zugmöglichkeiten des weißen Spielers hier auf der linken Seite, wenn möglich, irgendwie wegzunehmen. Und im folgenden, wenn Weiß sich im Zugzwang befinden würde, ja, denn im Schach gilt ja, dass wir jeden immer, wenn wir am Zug sind, auch einen Zug machen müssen. Wir können nicht einfach gar keinen Zug machen, wir müssen immer einen Zug machen. Ja, und wenn wir es schaffen würden, den weißen Spieler hier in Zugzwang zu bringen und hier drüben alles festgefahren wäre auf der linken Seite, dann hätte weiß nur noch die Möglichkeit hier mit diesem Bauern hier nach vorne zu ziehen und im folgenden können wir den schlagen mit unserem Durchlaufen und zur Dame zu verwandeln und, ja, gewinnen von da aus die Partie. Also wir müssen es irgendwie erreichen, dass weiß hier auf der linken Seite keinen Zug mehr zur Verfügung hat. Und das erreicht schwarz mit dem Zug Turm schlägt A8. Normalerweise, das habe ich im Strategie Video 1 zum Materialverhalten ist erklärt, sollten wir, wenn wir im Material Nachteil sind, nicht die Figuren abtauschen. Aber das ist jetzt hier ein Ausnahmefall, denn hier kommt der Zugzwang zum Tragen. Und warum das so ist, das sehen wir jetzt im Folgenden, wenn weiß jetzt hier den Turm zurücknimmt, klar, wenn er ihn nicht zurücknimmt, dann ist es ganz klar gewonnen, also weiß kann ja dann hier nur mit dem König wegziehen und im Folgenden hat er einfach schwarz einen Turm mehr und gewinnt das mit Leichtigkeit. Also schlägt weiß angenommen hier diesen Turm. So. Und jetzt kann schwarz einen ganz cleveren Zug machen. Und zwar König nach F7. Ein ganz starker Zug. Die gleiche Idee verfolgt auch der Zug König nach F8. Aber angenommen wir spielen König nach F7. Jetzt hat weiß hier auf dieser Seite keinen Zug mehr. Er kann keinen legitimen Zug mehr ausführen, da dieser König hier alle Felder des gegnerischen Königs hier wegnimmt. Und ja, jetzt kann weiß nur noch mit diesen Bauern ziehen. Er hat keinen anderen Zug mehr. Wir nehmen ihm alle anderen Züge weg. Jetzt hat er nur noch diesen Zug hier mit dem Bauern 1 oder 2 nach vorne zu ziehen. Und wie wir vorher schon analysiert haben, verliert das in jedem Fall. Ja, in jedem Fall gewinnen wir dann. Ja, und der Gegner verliert. Also das ist der Trick. Wir tauschen hier unseren Turm. Weiß nimmt den Turm hier zurück. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, diese beiden Felder dem weißen Spieler wegzunehmen. Den Bauern müssen wir kein Feld mehr wegnehmen, denn das hat sich weiß selbst weggenommen, indem er mit seinem König vor seinem Bauern gezogen ist. Und ja. Ja, jetzt können wir mit diesem Königszug oder auch alternativ mit dem Königszug nach F8 weiß alle Züge hier auf dieser Seite wegnehmen und im folgenden muss weiß jetzt hier diesen Bauern nach vorne ziehen. Angenommen, er zieht ihn 2 nach vorne, dann können wir ihn au passant schlagen. Ja, weiß kann nur noch diesen Bauern ziehen. Wir ziehen hier, weiß zieht da. Wir verwandeln hier zur Dame. Weiß zieht hier weiter nach unten. Und ja, von da aus ist es eine Leichtigkeit zu gewinnen. Jetzt können wir nicht einfach hier mit der Dame 1 nach unten ziehen und es ist sofort matt. Also, wir haben gesehen, der Trick in dieser Stellung war, unseren Turm hier erstmal abzutauschen und dann uns das Prinzip des Zugzwangs zunutze zu machen und im folgenden weiß zu zwingen, dass er diesen ungünstigen Zug machen muss, seinen Bauer hier nach vorne zu ziehen und im folgenden schlagen wir und verwandeln zur Dame und gewinnen. Und dann kommen wir jetzt zum Beispiel für euch. In dieser Stellung ist weiß am Zug. Schaut euch die Stellung an und überlegt euch, wie ihr das Prinzip des Zugzwangs hier verwenden könnt und auf Gewinn spielen könnt. Ja, pausiert das Video und ansonsten zeige ich jetzt die Lösung. Ja, die Lösung ist, mit der Dame auf die H-Linie zu ziehen, also entweder auf H1 oder H2 und im Anschluss muss Schwarz erstmal das Matt auf H7 verhindern, denn wir drohen hier mit unserer Dame auf H7 im folgenden Matt zu setzen und gleichzeitig fesseln wir noch den Springer an den König und um dieses Matt hier zu verhindern, verbleibt für Schwarz nur ein Zug und zwar Dame nach G8. Nur dieser Zug verhindert noch das Matt auf H7. So, und jetzt können wir das Prinzip des Zugzwangs verwenden. Keine Figur von Schwarz kann noch ziehen bzw. ohne Matt gesetzt zu werden. Die Springer sind an den König gefesselt, die können gar nicht ziehen und die Dame kann auch nicht wirklich wegziehen, denn sobald sie wegzieht, können wir mit unserer Dame auf H7 Matt setzen. Und genau diesen Zustand nutzen wir jetzt aus, denn Schwarz verbleibt kein Zug mehr, auch die Bauern können nicht mehr ziehen, die sind alle blockiert. Also sollten wir jetzt einen Zug machen, der an dieser Stellung nicht viel ändert, sondern der nur macht, dass Schwarz am Zug ist. Denn wenn in dieser Stellung Schwarz am Zug wäre, dann hätten wir es geschafft, dann hätten wir gewonnen, weil dann muss Schwarz die Dame ziehen und egal wo er sie hinzieht, können wir im folgenden auf H7 Matt setzen. Also wir müssen jetzt erreichen, dass nicht wir am Zug sind, sondern dass der Gegner am Zug ist. Oder anders gesagt, wir sollten jetzt einen Zug machen, der an der Stellung nicht viel verändert und der den Gegner in Zugzwang bringt. Ja, dafür gibt es viele Möglichkeiten. Wir sollten natürlich weiterhin alle Figuren, die wir gefesselt haben und unsere Drohungen aufrechterhalten, unsere Mattdrohungen. Das heißt, wir könnten beispielsweise einen Königszug machen oder einen Damenzug, aber wir müssen wie gesagt weiter hier auf dieser H-Linie bleiben, um weiterhin mit dieser Mattdrohung hier aufrecht zu erhalten. Aber wir könnten beispielsweise einen Königszug machen. Einen Königszug. Beispielsweise könnten wir König nach F2 ziehen und jetzt hat Schwarz keinen Zug mehr, der ihn vor dem anschließenden Matt auf H7 rettet. Er muss jetzt die Dame ziehen, ihm verbleibt kein anderer Zug mehr und egal wo er sie hinzieht, beispielsweise auf das Feld C8, können wir im folgenden mit unserer Dame auf H7 schlagen und Matt setzen. Ja, und dann haben wir gewonnen. Also, die Idee hier in dieser Stellung war, Schwarz die Züge wegzunehmen. Also erstmal die Mattdrohung aufzustellen und im folgenden einen Zug zu machen, der die Stellung nicht wirklich verändert, nicht groß verändert, der alle Drohungen aufrechterhält und der alle Figuren von Schwarz weiter an den König fesselt. Und von da aus auszunutzen, dass Schwarz am Zug ist und einen Zug machen muss und im folgenden können wir mit unserer Dame hier auf H7 schlagen und, nein, das nicht, auf H7 schlagen und haben dann gewonnen. Ja, also, ihr habt gesehen, dass der Zugzwang sehr spielentscheidend sein kann, das Prinzip des Zugzwangs, genauso wie die anderen Prinzipien, die wir durchgesprochen hatten, also Opfer und Abzugsschach und Spieß. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. und, ja, ihr habt das Video gefallen.